Freundlicher Wettkampf, ich krieg wegen dir dauernd Trophys 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 So was mal die, äh, Regeln, Spieltyp, Stegerei, Lebensnimmel, wie viele leben? Mach nur 3 3 3 Nicht 5 Ne, ich hab nicht so viel Zeit heute Ok, AP-Erzeugung, normal, Objekte, keine Oder mach 4, das ist dazwischen Ok, Intros, Outros, aus, Kartenhindern ist ne 1 Alles klar Natürlich Wen soll ich nehmen, Ratchet? Ist mir egal, du bist sowieso übelst gut als Ratchet Nochmal DMap oder was anderes? Mir ist egal, sowas Äh, Hardest, God of Also wenn, was ich auf jeden Fall gerne dann mal machen würde, wenn wir so Online Matches spielen Ich würd gern gegen irgendwen, der das jetzt schaut, der Mortal Kombat 9 hat Ich schwör, für die PS3, ich will einen abzocken von euch Hab ich leider nicht, ich hab nie Mortal Kombat gezockt In diesem Spiel bin ich verdammt gut, da gibt's 30 Chars und mit, äh, fast 3 Viertel von denen kann ich perfekt umgehen Das hab ich richtig gesuchtet vor den beaten Ups, die ich besitze Ich muss jetzt mal wieder ein Zeus Moveset gewinnen, achso, das war ja so mit den Stunnen Warum ist denn der so schwarz, ey? Ja, ich glaub der war viel zu viel Baumwolle pflücken Der war ja übel, ey Mo, hörst du? Hörst du Mo? Ja, ja, hörst du Mo F-Facebook aus dem Brenzen Was hast du alles gedrungen? Das erste, das letzte, das zwischendurch weiß ich nicht mehr Ja, das heißt Wow Ja, wow Mach der meine Sachen kaputt Ach, das ist ein... Ah Ah Ich musste mich erstmal wieder dran gewöhnen, was, was der alles kann Weißt du was Ratchet kann? Dich rapen Waaaa Wop 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 Alter, ich bin so schlecht, ne? Gibt's gar nicht Ich bin einfach nur so gut Ja, oder? Ja, komm Oh, fuck Ey, da hatte ich voll einen in die Klatsche gekriegt, ne? Danach hab ich noch den Typen fertig gemacht Du machst ja sowieso jetzt gleich wieder dein Dreier-Special Ja, ja Ich kann auch die Zweier machen Ja, ich weiß Ja, ich weiß Weißt du, sie hätten eigentlich so ne Option einbauen können, dass man sich äh, aussuchen kann, welches Special man macht So wie bei den versus Capcom-Spielen, je länger du gedrückt hast, desto höher dein Angriff Weißt du ja schon was meine, also zum Beispiel Sagen wir mal, du hast jetzt drei Balken aufgeladen Willst aber... Ja, ich weiß, was du meinst Ich weiß, was du meinst, dass einfach nur die Einsam machst, damit du noch Ja Wow Damn Moves Damn Moves I can dance all day, I can dance all day Ja, eigentlich bin ich halt nur hier, um dir meinen neuen Move zu zeigen, weil ich bin jetzt Capagandall Show me your Moves Moves show Ja Ja Oh, das muss ich echt auch mal irgendwann wieder spielen, ey Alter, wie hart es mich hier manchmal abfuckt War es eigentlich schon mal Level 1, jetzt? Die Runde? Ne Hehehehe Ich hab irgendwie... Ich hab aus irgendeinem Grund hab ich Zeus gepickt, aber ich hab äh... Voll vergessen wie sein Moveset war Ja, das ist so Ich denke als der hat irgendeinen Move, der muss doch eigentlich auch einen Move haben, wenn er irgendein Projektil von sich schmeißt Ich meine, er ist der Donnergott und der Göttervater, der kriegt mit Logier, aber ich krieg's nicht gebacken Soll ich dir mal einen Kill-Confirm zeigen? Äh, kannst du von mir was machen Okay Aber die sind lame, ich lass es Na, dann lass es Dann bist du instant down Ja, aber eigentlich kann er wohl was schießen, glaub ich zumindest Also ich hab nie mit ihm gestoppt, so Ich hab den auch gar nicht Was weiß ich? Muss man ja extra kaufen Ne, ich hatte ja, äh... Warte mal, zwei DLCs hatte ich umsonst, genau Und dann gab's, äh... Dann gab's mal eine Zeit, so ein Angebot, wenn du's bis dahin da gespielt hast, oder bis dahin mal, äh... Online gezockt hast, dann konntest du das umsonst spielen, oder die umsonst holen Ich hab glaub ich keinen einzigen bezahlt Okay Ich erinnere mich zumindest nicht dran Alter, komm Chill halt Achso, das ist der runterangriff Ich überlege alles die ganze Zeit, wie geht der runterangriff Hehehe Es reicht jetzt Achso schießt der! Toollollollroll Ich hab die ganze Zeit irgendwelche Richtungstasten gedrückt Wow, da hast du ein Shieldbreaker Wisst mir jetzt mal aufgefallen ist, der schießt hier auf... Dreieck HEHHEEEHEAHEAHEOH Neutral-Dreieck Oder was? Was? Neutral-Dreieck nur, oder? Ja, Neutral-Dreieck. Ich hab die ganze Zeit das mit irgendwelcher Richtung gedrückt. Ja komm, Mo, ey. Zieh mich doch ab. Ja, mach ich. Es jubisch. Oh, was geht, Alter? Du bist bei mir voll in der Luft gewesen. So? Nein, nein. Da unter dieser Plattform, rechts. Achso, dann hab ich wieder was geglitscht. Ja, du bist der Glitch zur Glitch. Ah, jetzt hab ich immerhin einen Kill mal geholt. Ich bin ja, ähm, amazing. The Pro-Nest, Kampfer. The Pro-Nest. Ich bin überhaupt begeistert, wenn ich das so sacken dürfte. Oh, ey, ich hasse diese Attacke, ne? Du bist so ein Hannes, ey. Du kannst da immer noch ausweichen mit L1. Ja, ja, super. Boah, du bist ja echt total schwarz. Ja, der war ein bisschen zu viel auf der Sonnenbank, ey. Ja.